Hi, das Dusselchen hier. Wir waren letztes Mal bei SnowSecret 1 stehen geblieben. So, ich kann mich gar nicht mehr drin nennen, es ist schon ein paar Tage her, seitdem ich gespielt habe. Haha. Ja, ich nehme mal ein paar Videos nacheinander auf. Haha. Und lasst euch das nicht wissen. Haha. Und sagt mir wieder neu. Hallo, noch zwei Videos. Haha. Ja. Nein. Okay, ich bin hier letztes Mal nicht weiter gekommen. So weit erinnere ich mich noch. Und deswegen wollte ich das hier unbedingt jetzt spielen. Komm mal her, Koopa. Komm mal her. Ich sag dir, komm mal her. Ja, stirb. Komm, stirb. Nein. Nochmal, komm mal her, Koopa. Gut, stirb. So. Bringt mir das was? Bringt mir das jetzt was? Ich überlege. Ich gucke. Ha. Ha. So. Wo bin ich letztes Mal nicht drüber gekommen? No. Das sah halt so verdächtig aus, wisst ihr. Ah, shit. Bäm. Bäm. Nein. Bäm. Nein. Ich will die drei Wünschen haben. Danke. Shit. Nein. 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 Warum wollte ich die drei Wünschen haben? Ich weiß es nicht. Ich hab' gehofft, da hinten kommt doch was. Oh. Luigi. Ich wollte fast Mario. Was? Nein. Hier ist aber so rutschig. Es ist wirklich rutschig. Ob es mir klappt oder nicht. Ah. Es hätte doch geklappt. Ich vollidiot. Viele fliegende Hi-Boing-Boing-Block. Aber viele fliegende Fich. Das war's schon. Gott, ich bin jetzt mal einfach nur dumm angestellt. Oh, mir ist kalt. So, weiter geht's. Wir haben hier das No Secrets 2. Ähm. Okay. Ah, die Dinger rutschen ja auch. Nein. Böse Luigi. Luigi. Mama mia. You must hate me. Ich dachte gerade, ich müsste da mit dem Panzerhauer so... So, so, so ein Schwanzsprung oder wie man das auch... Ich hab' keine Ahnung. So auf den Panzer springen und dann... Dance. Dance. Was hab' ich? Cool. Cool, ich will da unten hin. Komm' ich nicht. Egal. Cool, ich will da unten hin. Komm' ich nicht. Egal. Oh. 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 Leute. Das hier ist der Grund, warum ich nie Kaizo spielen sollte. Oder irgendwas anderes, das Kaizo ähnelt. Habt ihr schon bei Wörterfielusion gesehen, aber... Ihr seht hier, ich versage bei den einfachsten... Sprüngen! Äh, 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 äh. Luigi. Luigi. Danke. Babam, babam. Bababababam. Peace, bullet bill. Ihr seid schwul. Wisst ihr das? Ihr seid richtig schwul. Peace. Yay. 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 Yay, 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 yay. Hehe. Fuck it. Ich muss... Ach, Leute. Nein. So macht man's definitiv mal nicht. Ja, so macht man das vielleicht. Eher. So. Blaue Goombas. Scheiße. Warum sagt mir auch keiner, dass ich jetzt... da... Ah, Rewind. Nein, nein, kein Rewind. Ah, Rewind stinkt. Ah. Ich save jetzt erst, wenn ich da unten sicher bin. Und dann bin ich definitiv nicht. Nein. Aber immerhin, so könnte es klappen. Wie weit ist denn das hier? Oh, Leute. Jetzt bin ich mal da... Ach, die sind auch rutschig. Die sind... Och, Mann. Hier ist alles so, so, so... rutschig. Bam, bam, bam. Kann ich da rein? Nein. Warum versuche ich jetzt eigentlich mittlerweile in die Röhre schon die Röhren zu kommen? Was würde mir das bringen, mein Gott? Das hier ist schon ein Secret Level. Secret Level in dem... Ha. Ah. Du hast mir auch so viel zu labern und spiel. Aber was würde es mir bringen? Secret Level in dem Secret Level? What the fuck? Oh, nein, nein. Nein. Nein, 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 nein. Da, 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 da. Bam, bam, bam. Da war es die Mitte. Yeah. Bam, bam, bam. Oh, und. Oh, und. Ich dachte gerade echt. What the? Hehehe. He, he. Das ist... Hehehe. Das ist witzig. He, he. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist witzig irgendwo. So, jetzt aber. Hier noch was. Nein. Nein. Sheeeet. Schess drauf. Lauf einfach. Wer braucht schon diese Lebensbeziehung? Ich habe ein Safestate. Ah. Wenn die irgendwann abgeschafft werden, bin ich tot. Am besten füchte ich da immer noch diese Hacks. Ja, nur ein... Safestate pro... Pro... ...Level... ...Level. Dammit. Oh. Yay. Yay. Okay. Safestate. Ich will hier durch. So ein kein Safestate mehr. Ich werde diese Aussage jetzt... Ich werde diese Aussage noch zutiefst bereuen. Ich kenne mich. Oh. Ja. Ich bereue sie schon. Okay. Hier auf den sicheren Plattformen. Safestate. So. So. Nein. So. So. Nein. So. 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 Ich verstehe nicht, wie das... Funzen soll. Ah. Ich dachte mir gerade, Herr Bettny, brauche ich... Yay. Und yeah. Spriteleg. 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 Wir nehmen einfach mal... Ach, schade. Ich wollte den mitnehmen. Ins Ziel und so. Ja. Ich nehme mich wirklich sehr an, dass hier das Ziel ist. So. Wie lange nehme ich noch? Okay. Geht noch. Ich vergesse da mal, auf die Uhr zu gucken. Tadadadadad. So. Mal schauen. Ja. Das war jetzt auch... So. Unklar. Achso. Das hätte ich jetzt nie im Leben geglaubt. Das wird da einkommen. Wirklich nicht. Doch. Hätte ich. Wirklich. Hätte ich. Habe ich mir schon gedacht. So. Wir fahren. Ich mache bitte nochmal... Shit. Levels weiter. Läu. Däu. Däu. Dä. Däu. Spass Spannulate Spann na 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 ... na 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 ... Na! Na 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 gaf ... Ja, ich weiß nicht mit dem Ding mit sinken, oder aaaay ... Peace! Chako Mania! ... protein! Jo, Peace Chucks. Fanden die da gerade wirklich alle in den Abgrund? Sind die? Jo, riesenblaue... Dings. Bumse. Okay, wofür brauche ich den? Egal, einfach mal mitnehmen. So. Wir nehmen gerne Sachen mit. Yay! Yay, dafür brauchen wir den. Yay, 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 nein. Yay, 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 komm da oben, da oben ist der Pilz. Komm, 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 gib mir den Pilz. Ach, ihr seid doch scheiße. So. Komm, da oben ist ne Blume drin. Yay, Blume, Blume, yeah, ich bin nie wohl, yeah, yeah, yeah. Ahm, Entschuldigung. Ich hab grad wieder meine Phase irgendwo. Ice Cave, dumm. Ice Cave, dumm, yeah. Ich bin richtig gut, ey. Dem, dem, dem. Ach shit, egal. Det, 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 det. Ich hab gehofft, hier wäre schon das Ende. Genau. Ich will da runter, will ich da runter? Wollte ich, will ich wirklich da runter? Ich weiß es nicht. Ich überlege noch. Hätte ich da runter gewollt? Hätte ich da runter gekonnt? So, jetzt wollen wir hier hoch. Wir wollen hier hoch. Ich sagte, wir wollen da hoch. Wir wollen da hoch. Hallo? Okay. Wir müssen gleich schneiden. Aber wir wollen jetzt echt noch da rüber, weil die so cool sind. Wir sind cool, haben wir schon gesagt. Jo, peace. Da, 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 da. Da, da, da. Wir sind cool, wir sind cool. Wir schaffen uns jetzt auch noch ins Ziel. Komm, bitte. Ist hier die Ziellinie? Dann schaffen wir uns auch noch ins Ziel. Yay! So. Da wir im Ziel sind, würde ich sagen, bis gleich. Bye.